servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal diablo 4 wurde bestätigt wie auf meinem zweitkanal berichtet link in der video beschreibung da kommt übrigens auch viel wb content deswegen auschecken lohnt sich und wir bekommen jetzt oder ihr könnt es schon bekommen ein neues mount für world of warcraft im zuge dieser diablo 4 cross promotion ist ein wie ich finde sehr 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 schönes mount ihr seht es gerade hier auf dem bild es heißt amalgam der wut und ist wenn ich das die richtigen begriffe verwende ist es ein kerberus wobei da guckt ja auch schon vierter kopf raus da an der seite schwierig schwierig da kenne ich mich in der mythologie nicht so gut aus aber sieht cool aus das muss man sagen und die flügel die sehen halt auch noch mal richtig sick aus also ein sehr sehr geiles mount muss ich tatsächlich mal sagen eines der schönsten für mich persönlich die seit langem ins spiel gekommen sind aber wie gesagt ihr bekommt das ding nur wenn ihr geld auf den tisch legt auch auf meinem zweitkanal erklärt ist welche editionen es von diablo 4 gibt ihr könnt die meisten davon jetzt schon vorbestellen und wenn ihr das tut auch bei der günstigsten ist bereits dieses mount mit drin aber also günstig in anführungszeichen kostet 70 euro dementsprechend für 70 euro habt ihr dann diablo 4 und ihr bekommt dieses ding in world of warcraft das einzige problem was ich daran halt sehe das mount sieht sehr sehr geil aus es kann aber halt leider nicht drachen reiten und dementsprechend sind die einsatzmöglichkeiten dafür in oder auf den drachen inseln relativ beschränkt bevor jetzt wieder ja man kann es noch in den alten zonen fliegen aber wer ist da aktuell großartig unterwegs richtig die wenigsten also das finde ich ein bisschen schade gerade weil das sehr cool aussieht wäre irgendwie cool wenn man dieses prinzip des drachenreitens auf andere mounds auch anwenden könnte vielleicht vielleicht ist das eine idee i don't know aber wie gesagt mir gefällt es ziemlich ziemlich gut und hier sind dann noch so ein paar sequenzen eingebettet so sieht es aus wenn ihr das mount beschwört also euer charakter flammt dann richtig auf sehr sehr geil und hier haben wir noch das mount special wenn ihr leertaste drückt da kommen dann die flügelchen raus und er brüllt einmal so vor sich hin und so weiter und so fort also gefällt mir rein optisch sehr sehr gut amalgam der boot gibt es wie gesagt für diablo 4 70 euro minimum und in dem video auf meinem 2 kanal habe ich auch noch erklärt was ihr bei anderen spielen bekommt ihr kriegt noch items für diablo 3 und diablo immortal von overwatch und so weiter war jetzt nichts bekannt ich glaube da kommt auch nichts mehr aber das ding ist schon recht nett und ich kann euch eins sagen ich durfte diablo 4 im rahmen einer closed beta spielen ich durfte nur nicht darüber berichten und keine bilder zeigen keine bilder und videos zeigen darf ich jetzt immer noch nicht aber diablo 4 no joke ich habe ja oft mich kritisch geäußert zu verschiedenen blizzard spielen aber das hat richtig bock gemacht also es war wirklich noch im sehr frühen status aber am liebsten hätte ich manchmal gar nicht mehr ausgelockt und hätte einfach jeden tag weiter gespielt das hat richtig richtig spaß gemacht meiner meinung nach ich bin jetzt auch kein hardcore diablo crack aber in d3 habe ich auch schon ein paar tausend stunden versenkt dementsprechend da ich freue mich auf das spiel und dementsprechend werde ich mir wohl auch das spiel vorbestellen und dann dieses mount bekommen aber gut schreibt gerne mal in die kommentare wie findet ihr das gute stück ich bin gespannt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal